hier so hier so neben setzen oh der ist sehr groß der passt da passt er nicht hin hier meine ich ähm 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 hä? wir treiben ab gerade ne? wir können ja wieder zu ja ich kann ja nicht setzen wie du kannst ja nicht setzen ich weiß ja nicht oh ich bin wieder unter Wasser ich kann ja nicht setzen ja dann gib mir den mal ja erstmal sollen wir ja tschüss Insel ja wir müssen aber erst nen Anker setzen Feuer bringt uns das alles nicht ich hab kein Paddel aber im Moment kein Bauen doch jetzt kommen wir uns erstmal hinlegen eh besser und ich bin am verdursten und ich bin am verdursten ja du hast aber trinken müsste ich bin am Verungern ja hier hast du gerne den Anker bitte schön muss eigentlich ja weil hier geht das wahrscheinlich nicht wegen der Mitte der muss so stehen da müssten wir noch ein paar Dinger hier anbringen ja nö so wie das für mich aussieht muss der in der Mitte was frei haben oder so ja ja genau das baue ich doch gerade wenn ich nochmal zwei Planken hab warte mal ja zwei hab ich noch bitte mich grad zu bauen mich grad zu bauen ja nösch mal so einfach so müsste warte ich guck nochmal wie groß der Anker war ja der muss oh der muss sogar noch einen weiter auf jeden Fall hier und jetzt kommen wir nochmal vier Planken ja ich hab keine Planken mehr ja erstmal ja nochmal kann sein dass die jetzt immer mehr Putt machen die Haie das kommen soll also weil die viel schneller aber vorher kommt die wissen es noch noch vier Planken erst mal wollte ich was zu essen bevor ich hier Hunger hungert denn ja ich weiß ich hab Hunger da müsste ja überall was drin sein ja so schnell kann doch kein Mensch vorhungern hätte ich gesagt ich glaube die nächste insel komme ich dann mit dem anker ja weißt du warum der so groß ist muss ja ein riesen fettes so bin hab angedockt noch eine planke eine planke noch da schwimmt ein mann haken super aber da hinten eine planke schwimmt da kommen wir eh nicht dran die ist zu weit oder doch ich brauche wirklich nur noch eine habe ich hier ja aber ist schon cool dass man ein bisschen rumkummeln muss bevor was klappt anker steht ich bin reingefallen ich gehe mal eben nach oben da müssten wir müssen noch ein bisschen und also von hier aus würden wir dran kommen bleibt bitte bleibt bitte ich springe auch runter ich versuche mich zu beeilen das ist nicht ganz so schlimm das sieht glaube ich gut aus glaub ich weiß nicht ob wir ganz oben aber wir kommen wissen schon mal da hin ich habe auch eine axt ich kann auch selber fällen weil ich brauche ganz viel holz also gar nicht mal so schlecht aus wenn man das ist nicht durch den anker treibst du nicht so viel weg wir sind ganz oben auf jeden fall immer aufgefallen weil er ja natürlich jetzt viel viel größer als palmsamen immer ein paar palmen in den großen ganz großen dingern pflanzen haben wir schatten und immer holz ich glaube die müssen aber schneller wachsen oder so ja aber dann kannst du ja wenn ihr mal grüßt dann kannst du hast ja holz naja nein ich bin schon wieder voll platz hier immer voll hier aber ich wieder aber guck mal du treibst nicht mehr ganz so stark ja gut das ist ja ein großer anker wäre auch schlimm so gerade sagen würde jetzt aber mich beschweren ein quatsch dann müsste man was nacharbeiten den habe ich da hingepackt weil das sonst nicht passte so groß ist die insel gar nicht ne aber ich würde gerne mal eben kurz tauchen ja ja tauchen müssen auf jeden fall gleich eh ja weil ich hier grünzeug sehen wir brauchen ja auch mal dieses glibber ich hab ja keinen haken und ich kann alles einsammeln ach so brauchst du einen haken oder was da kann ich mir jetzt gleich machen glaube ich aber erstmal muss ich jetzt sauerstoff ich wollte auch also schon alles weggeerntet hier noch nicht alles muss aber hoch und müssen wir doch glaube ich fast alles weil ich mach mal eben haken habe ich natürlich kein was fehlt hier last habe ich schon zum großen haken und so ich habe irgendwie sieht warum krieg ich mich denn wir könnten mit federn auf ein größeres bett machen ja ich habe schon einige federn ja weil acht federn bräuchte ich noch dann aber erst mal mache ich so ich habe einiges an seetang aua der haken hin ach da so seetang habe ich auch acht stück der wandert wurde grüne zeug rauskriegt ne ja ja genau das ist glibber das kunststoff aber ich habe mir schon ein paar mal angeht ja ich weiß aber wo das eisen ist also ich kann es ziemlich ganz tief ne genau da wo du bist gerade nicht hat auch das problem dass ich hier sauerstoff aber ich habe eine muschel die finde es nämlich auch nicht so oft jetzt muss ich hoch bevor ich tot bin bei der haie jetzt ganz gut so ist er nicht mehr abgelenkt von dir weil ich fast tot war zu wissen dass ich jetzt am arm bin ich muss auch was essen wir haben ja genug mangos ich habe jetzt einfach mal obst gegessen haben wir so viel mangos mangos kann man auch anpflanzen oder ja da baue ich jetzt schon mal ein bisschen weiter was ich weiter bauen kann sollte auch außen auch vielleicht sollten wir um den fluss um das fluss herum um den fluss in den fluss das geilste deutsch ever sollten wir vielleicht mal weiter bauen also so eine zäune kann es ja drüber springen im notfall wenn man das wir wollten eigentlich richtige betten bauen eigentlich schon mal so an die die panzen zum beispiel an die fehle hier hängen wasser das haben wir zwar hier unten 18 federn dürfte reichen gucken wo das eisen abgeblieben ist jetzt bräuchte nur noch blätter und planken das wird eisen schon weg geholt ne da sehe ich es gerade ne 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 hab ich nicht ne 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 hab ich nicht ah shit was denn ich muss weg sonst ist gleich alles weg also der hai nervt ohne aus böse zu meinen oooh bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht oh toll also ich finde den hai mega nervig mittlerweile ich bin fit hier bleiben erstmal das macht doch kein äh kurz bevor ich die rochstoffe raus hatte ich bin zu hänger hm was hast du was hast du hänger hier dein bettchen kommt da eh noch ne wand hin guck mal ist doch viel bequemer ja wo soll ich denn da schlafen das ist für dich ich wollte nur gucken cool bei mir kann ich noch keins bauen ist aber egal mach mal nach und nach ich kann hier nichts dran bauen wo ne kannst du auch nicht mehr hab ich doch hier kann noch eins dran gebaut werden ich kann doch nicht warum nicht warte was musst du denn nur an deckel oh ja eine nur noch aber hier muss ich hier müsste ich doch nochmal dran sitzen können oder nein kannst du nicht oder doch hier wohl ja aber mir sagt er für weitere teile halten ja mb ja du musst die decke also du gehst oder hütteln um erste und dann ist das Prozent zweite Bildchen er ist da und dann der zweite foundation oder was diese holzboden ach holzboden ok ja kann ich nicht pf er ist gar nicht mal so einfach so so viel kannst du leider auch nicht mehr oh der hat uns ganz schön hast du noch ein bisschen holz ne ich hab eine Planke nur noch das hilft uns nicht gerade weiter jetzt das ist total also der macht so schnell was kaputt so schnell kannst du den gar nicht verjagen ich hau mal Schuhe überbohrt die brauchen wir ja nicht oder ne hol weg hab ich ich geh nochmal eben ein bisschen Schrott sammeln ich bin ein bisschen wieder aufgehielt oder nicht Schrott naja ich muss mal eben trinken hat doch die jetzt was jetzt eben nochmal so ein bisschen rohstoff hier sammeln mach das ich hab's gehört kupfer ah scheiße ne ne kupfer ne ich hab nochmal kupfer ne weiß gar nicht wo man das findet ziemlich weit unten ist das das ist ziemlich so blöde an den Steinen versteckt komm einmal noch komm einmal noch ja ja ich bin schon wieder ich krieg schon wieder keine Luft uuuuuhh Zauberstrahl 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 Aua hi nein oh nein ich bin tot meine Sachen sind dann weg oder ja also ich weiß wo du es ja hast du mal ein Bett abgebaut nein dein Bett ist noch da ach war zu lang äh ich bin da gestorben sieht man die irgendwie die Klamotten ja dann hast du sowieso weißt du wie die Pakete die hier so rum schwimmen ich seh die aber nicht dann sind die irgendwo ganz tief unten aber cool boah was macht der Hai denn schon wieder hier ja besser bei dir als bei mir ja ne nicht ja super ja ich muss pennen gehen ich hab gar nichts mehr ne das heißt alle unsere Sachen sind weg pennen gehen ja pennen gehen ja oh da nimmt die weißt du das erstgelegene Bett anstatt niederzulassen damit ich ganz schnell meine Klamotten wiederfinde wobei ich die nicht mehr wiederfinden werde wahrscheinlich Pakete oder was sind das schwimmen die oben oder unter Wasser unter ja die finde ich doch nicht mehr wieder war ja in den tiefsten Stellen ja so tief komm ich doch auch gar nicht ja 100 Watt alles weg kein Haken kein gar nichts mehr ein Haken habe ich noch für dich ein Haken habe ich noch für dich ein Haken habe ich noch für dich Heisen auch weg ja und Hei schon wieder ja ich mach den Angeruch was ist das das ist das das ist ja das was ist das Also ich kann nix mehr machen, ne? Einen Haken hab ich für dich. Komm mal her. Ja, ich steh hinter dir. Und komm mal her. Axt. Ja, Axt brauch ich nicht. Ich brauch eigentlich wenigstens... Das hier. Finkbecher. Bin dir gerade, versuch dir wieder ne... Flasche zu machen. Oh, die ganzen Mangos und Holz und so weiter auch weg. Irgendwo noch Algen sammeln. Einmal. Wieso Algen sammeln? Ich hab doch... Ach, da sind elf Algen. Juck. Die Popels. Die Rotzkügel. Dann können wir hier unten vielleicht wirklich komplett alles aus Netzen machen. Vielleicht nicht alles, aber... so gut wie. Ist doch egal. Weil die anderen Sachen können wir alle nach oben bauen. Genau, dann hast du wieder Probleme mit den Vögeln. Dann machen wir oben noch ein Dach drüber. Wir haben noch gesagt, wir machen dann auf zwei Etagen. Achso. Kann ich mir jetzt einen Hammer wenigstens machen? Nee. Kann ich ja nicht. Aber zum Meilen haben. Nö, nö, nö. Reparier nochmal hier eben. Hier hinten. Hier. Ich hab kein Holz. Achso. Es fehlen drei Flanken. Mal gucken. Achso. Nee, dann kommen wir unten. Nämlich einfach machen wir oben... Ja, die Schügel wirst du so oder so haben. Nee, innen drin ja nicht. Weil die Palmen... kannst du ja nicht innen drin wachsen lassen. Nee. Die müssen nicht oben auf dem Dach. Wenn die zu groß werden. So, ich kann's reparieren. Waren das jetzt. Zack. Die Palmen musst du so oder so. Die großen Dinger kannst du nur... Oh, jetzt komm schon wieder so ein Wasser spüren, weißt du. Ja, aber ich muss trinken. Also wir sind nur von Wasser umgeben, ey. Die saufen in die Grundloch. Außer den Wassertank. Den lassen wir unten. Wir fressen mal den Fisch hier satt. Mach das. Ich hab einen aus der Kiste genommen. Und dann würde ich hier unten wirklich fast alles... Netze machen. Mhm. Du kannst ja sowieso nicht alles, weil du musst ja aufpassen. Du musst ja da, wo die Wände sind, da kannst du ja keine Netze machen. Oder da, wo die... Bremse... Bremse. Für diese... Posten. Ja, ja, ja. Deswegen. Aber so wie viel alles, damit wir auch bloß viel sammeln. Dann brauchen wir hier nämlich hier reingehen und durchfarben. Ja. Ja. Hast du die ganzen... Die ganzen Federn genommen? Äh... Ah, okay. Da drin. Alles gut. Am Wundern hat man den ganzen Federn gesammelt. Ja. Für die Betten hab ich doch schon. Ach so. Meins kann ich ja noch nicht bauen. Was fehlte denn? Oh, hei. Kann ich da nichts machen. Ähm... Nicht der? Hier. Gleich durch. Ist durch. Wir sind aber mittlerweile auch sehr schnell durch. Aber wir müssen auch mal gucken, dass wir zwischendurch mal wieder reparieren. Aber der Anker ist cool. Ehrlich gesagt. So, Hammer konnte ich mir jetzt auch wenigstens herstellen jetzt mal. Ja, nicht schon was weiß ich. Bei denen diese blöden Netze fangen die auch so viel. Was denn? Die fangen die Netze kosten auch so viel. Ich muss gar nicht mehr weiter gucken. Ja. Seil und Banken. Aha. Das ist jetzt nicht das Stil. Das Schlimmste ist, das mal hier alles fertig zu bauen. Ja. Jetzt nehme ich gleich noch schon wieder an so ein wildes Stil. Ja. Das wäre schon wieder ein Hai. Nein, nein. Hier sind Planken rein geklatscht. Das ist schon wieder so eine Krise. Und dann können wir vielleicht ganz oben, wenn wir da auch die... universo und die Baumkalener Plano. Vielleicht auch überall dazwischen immer mal Neska, weißtte? Schula? auch das ist Mägel er hat er die brauche ich aber im Moment auch ich glaub ich will mal ne Runde besser ich brauche seine ich brauche es wird grad weiter zu bleiben aber es ist nicht so einfach zu fahren das nur einfach bauen also muss schon gucken dass Pfeiler hinpackt das ist schon cool ja gut soll ja auch ein bisschen ich sag mal das wäre ich glaube ich brauche noch mehr das gibt es noch nicht weil da müssen wir alles umstellen und alles nach oben stellen ich wollte hier aber auch noch ein bisschen weiter nach außen gehen dass wir da so ein Dach haben hier hast du Planken 15 Stück und hier hast du Wasser hast du nur Seil warte 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 ich glaube ich habe hier ich habe hier ohne Ende irgendwo Blätter hingetan äh wo waren die hä? ich hatte da so viele Blätter da sind auch noch einige hä? ich hatte aber noch mehr wo sind die alle hin? ne ich brauche ein paar fürs Bett ok da sind aber viele paar gewesen ne so viel habe ich nicht ich habe wie viel habe ich äh ich habe noch 28 im Inventar hier warte ich schmeiß'n die 20 Cent ja jetzt wollen sie auch nicht mehr hä? da sind meine Planken ganz hin äh ich trottel ich habe ne ne wie viele Planken brauchst du? ne ne ich glaube nicht so viel für ne Angel brauchen wir nicht so viel ne das stimmt ich habe vier Stück habe ich noch ne ne ich kann jetzt ne Angel machen alles gut dann kann ich ja wenigstens eben so weiter genau achso vielleicht soll ich mal ne Wasserflasche mal eben füllen ganz kurz einmal voll machen und dann mal eben den Wasserbehältnis Füller befüllen eigentlich bräuchte jeder zwei Flaschen weil da kannst du nämlich eigentlich äh ja warte ich kann ja noch ganz viel äh ne ne da war jetzt ein Spaß ne das die kriegen wir sogar hin ich habe genug Popelzeug ich habe gut gesammelt gehabt wollte ich gestorben werden so hat es mir aber auch schon passiert der Format wir müssen irgendwie ein bisschen weiter rüber weil irgendwie da müssen wir ein bisschen der Zürcher ach ich kann ja gar nichts machen hier hi 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 hier unter der neuer Stufe Stufe Aaaaaaah ich glaub der ist weg sollte sich auf jeden Fall so an ja das macht so die Viecher ich hab schon wieder repariert ja hier ist aber auch einiges kaputt er wird angenagt hier mal Fromm machen die Fromm bringen sind wir irgendwie sehr abwegig von von den ganzen Sachen oder warum sind die jetzt alle wieder weg ja gut wir könnten uns so treiben lassen müssen oh geht auf geht auf Aua was machst du da Fee 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 ja warum bist du noch mal weg gewesen ich musste mal eben die Kopfhörer besser drauf tun wegen meiner Brille achso tat gerade ein bisschen weh oh da kommt ein Bruderbötchen äh Bruderbötchen und ne Insel Wollen wir gleich mal eine Pause machen? mhm ja doch ja hab ich gerade gesagt mhm ich glaub wir müssen mal nach dem schwarzen Kater gucken wenn wir äh so komisch ein bisschen rein na na ja geil ich brauchte nur komm ich berühre dabei so zack jetzt gehts runter hä wo ist die Insel jetzt hin? hä hier war eine Insel in der Nähe was war hinter uns? naja überall ja was wollte ich denn jetzt? na gut auf jeden Fall wir sehen uns dann später wieder wenn ihr denn wollt bin ja gleich auf jeden Fall jo t mit ö und äh v mit v auch 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 dieses auch auch dieses hier ist keine Planken Planken Planke ist hier das Zauberwort 2018 ich hätte hier noch 6 bitte junge Frau ja da kann ich höchstens noch kommen aber sicher doch so auf jeden Fall wie gesagt wir sehen uns dann gleich wieder oder später in der nächsten Folge oder was auch immer was auch immer ey auf jeden Fall tschüss guck mal in der nächste Folge ne wir gleich im Anschluss aufnehmen dann 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 dann